auch mit den Scheiß-Mollern das war echt nicht schön echt mal die Hälfte ist aufgestiegen Stärke 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 Alte wie du aber alles hast irgendwie was für eine 8 Stärke der Klassewechsel erhöht alles andere ah ok also wir haben auch jetzt mehr Intelligenz auch wo wir das nicht nötig haben obwohl doch Intelligenz verringert ich habe jetzt ne auf hier auf alle jawohl soll ich demonstriert es kostet nur 3 und ich halte uns alle kostet der normale hier auch 3 das ist cool er muss ziemlich gut das ist richtig gut das reicht mir auch gar nicht weiter der Kasse immer auch alle heilen immer alle sind wir rechts ja ich glaube das war eine Falle ich glaube nicht ich glaube ich weiß wo es lang geht hier geht es im Dorf stimmt hier geht es echt zum Dorf definitiv doch für die Village kennst du gerade Traklo was ich bin ja das war ja in Bayern bis zum Vorrein gerannt ja ich will ich halte vor allem war das mit Ansage oder was ob ich aber ewig nicht mehr meine Reaktion zeigen muss also oder weil bei unserem anderen Game da haben wir gegrinnt ja wir kennen den Weg jetzt halt weil wir schon vorher gegrindet haben wir haben jetzt mit Lise jetzt nicht mehr wirklich Bulette ja klopft schließlich an ich habe gedacht dass die schlechten Witz gemacht mit der Kälte der Kälte der schlecht war der rechte ich würde ich würde auch Kuhlblätten ich mache keine Bulle und nachher kommen noch andere Bulette aber bis bald Kadell oder was Kadell oder was Kadell das Kadell ja nur als Süderschein oder so irgendwo ist irgendwo ist ja das eine naja wo sich Frikadelle und den südlöschen Spalette ohne ein der Reisern wer prüfe der Reisern aber sie heißt diese Dinger mit Marmelade oder wenn haben oder genauer oder Pfannkuchen das heißt nur ein soehr Berliner sind Pfannkuchen ich jetzt er hat Berliner sind auch Kraft der Berlin ist aber Pfannkuchen Berliner Pfannkuchen Pfannkuchen und Kraft und das ist das selbe mir doch egal ich glaub hast du das in Österreich oder so whatever ich glaub hier sind wir falsch hier sind wir richtig richtig falsch wow Mordspiel Galor Alter ich kenne Kämpfen ich bin eingesteinert loll 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 nicht mehr ich ja wie du bist nicht du ach so jetzt bin ich du cool ja warum ach so ich bin Player 1 deswegen bin ich ach du hast mich mal eben übernommen jetzt geht's loll ja so so bin ich jetzt wieder ich Alter ich bin oben links ich weiß nicht wie ich jetzt wechseln ich bin oben links select 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 weil jetzt alles geändert wurde aber immer oben rechts ge- ah ok siehst du jetzt weil ich nicht ich bin bist du woanders jetzt kommst du sagst jetzt fällt dir das erste Mal das erste Mal erst ich fehle nie hast du noch kein einziges Mal nein er hat noch nie er hat doch vorhin ne Fratzen trug ja einmalig ne Fratzen trug das war ich das war ich das war ich das war ich ich war ich hab vor ich fehle eigentlich nie ich hab vor ich hab vor ich hab die gegiert du hast die gegiert du hast die gegiert du hast die bedarf ich bin einfach flawless also ich kann alle heilen 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 so alle ich müsste gleich nochmal auf oh wie unmännlich von dem Mann war das dritte du hast du schon ich würde mich sagen dass das dritte ich war noch gar nicht weil ich etwas die Blase eines Bärseckers aber weil du gar nicht so groß wie meine Körper wixer ich weiß du ich hab kein Herz dafür zu sagen ja ich hab gesagt hier geht zur Stadt wir zurück was wollen denn dieser Scheiß wir wollen nicht zur Stadt wir wollen nicht zur Stadt wir sind in der Wüste der Elf warum habt ihr anderen Plan als ich wir sollten zusammenarbeiten das Teamspiel ja warum willst du nicht das ist kein Teamspiel das ist ein einzelnes Denk wir wollen alle unser eigenes Ziel erreichen hier geht irgendein Handy irgendein Handy geht ja mal hier geht einfach nicht soll ich Pause machen ja das kann ja ok ok geht weiter oh ruhe kein Asikop oder du bist kein Asikop du hast ja nichts damit zu tun oh Sternkraut ich weiß gar nicht was es alles macht Sternkraut verringert äh macht Bafs die Bafs weg ist das so gut zum Beispiel wenn ja wenn du Angriff das kann man doch bestimmt bei bei Dings gebrauchen bei bei Boston ja zaubern halt dein Tempo runter oder so ja genau machst du das dann ist es weg das ist voll geil 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 oh er zaubert soll ich uns alle heilen ich werde ihn oh schade voll gerade mein Special machen Alter ich auch ich hab die so bekloppte gedacht ich auch ich wollte auch kommen ich bin Bulette Brüster Brüster fällt viel aus der hält dir überhaupt nichts aus ja richtig was war das ja was war das das ist das geil ja jetzt können wir auch auf die gelben auf und zack ich nehme mir das Gülleküten hier hoch du hast Special stimmt du wirst es gleich in den Dreck ey warte mal ich mach mal ein Special G3 3 ..d sw.... die Splette... die hat die Splette ... voll eingesteckt ja ja hat deinen Ball tot warte Kiste 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 Kiste... kann ja sein ja kann sein es ist gut dass du daran denkst was ist ein sehr mitdenkender Mensch Die müssen oben rechts Ja jetzt weiß ich wie wir sind hier haben wir so oft gelevelt ey Ja, haben wir auch. Wir sind in unserer Krebsgruppe, Alter. Oh, scheiß. Da oben, da oben, da oben, den kriegt der. Ich gönne mir den auch nochmal, falls der lebt. Oh, wie ist noch einer? Ja, dann nehme ich doch die hier unten, oder was? So. Oh, das ist schon ganz cool, dass du so schmeißt. Das sieht schon ganz cool aus. Findest du? Ja, aber ich finde, die anderen sagen, sieht noch geil aus. Aber... Wie willst du auf einem Renosaurus schlagen? So weißt du, ganz voll zu und Stichs nachgegen? Wie willst du einen Renosaurus werfen? Alter, er ist halt stark. Nein, 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 nein. Passiert noch mal, um zu suchen. Und suchen, okay, dann schlägt er mich. Ich muss jetzt übelst, ab dem Schmack. Und, wo? Hast du gesehen? Oh, war ich da mit dem Schmack? Bam, bam. Ja, wirklich mit meiner LL1 Waffe 67, ne? Ich meine, ich meine ja nun mal so. Vielleicht sollten wir dir doch Waffen kaufen. Ey, ich bin der übelste Damage-Charm. Oh, meine. Deine. Ich bin der übelste, übelste Damage-Charm. Und Fail, der erste Fail. Nee, ich glaub nicht. Komm schon. Er guckt zu lange, deswegen fällt er jetzt. Das war ne Giftwolke, man. Ich hab's gesagt. Ja, ich hab wirklich, ich... Du musst instinktiv machen. Du darfst nicht versuchen... Ja, das stimmt. Das war, das war mein Fail. Flamten mich. Ihr habt das verdient. Flamten ihn auf seinem Channel. Mach uns alle, heil uns alle. Ja, schön. Ich kann uns alle heilen. Ich glaub, du hast nur mich geheilt. Ja. Ja, woher wusstest du das? Das hab ich gesehen. Ich hab Augen im Kopf. Verdammt, ey. Ich hab nur diese leuchtenden Dingern gesehen und dann hab ich gesagt, drück ich mal ab. Da hast du wohl vorher einmal nach rechts gedaukelt oder so. Nee. Sorry. Schade, schade, aber... Da hast du drei Magic Points verhauen. Ach komm. Jetzt... Jetzt tut mir leid. Hier ist doch auch nur ein Mensch. Ey, lass die mal alle so nacheinander damage'n, damit du deinen Special raushaust und sie alle gleichzeitig besiehst. Okay, Otto. Das wär voll was. Ja, hier muss noch ein bisschen, ja, und jetzt... Gib ihn! Die sind alle tot. Die sind alle tot, man. Eigentlich sollte das Multiplayer geben. Was? Eigentlich sollte das so, dass es mehr wird, weißt du? Viel mehr Gegner oder was? Oh, der zu überlebt. Und da 7,3 der Krieg war tot. Gib ich ihm den. Sie hat nur noch so gekrüppelt auf einem Bein. Da war ne Kiste. Bill Ben. Bill und Ben. Biju. Jessica. What's fuck. Spoiler. Oh mein Gott. Hilfe. Äh. Dummes Mädchen. Du bist nicht mehr verflucht. Also Kopf hoch. Bill Ben. Das ist eure letzte Chance, um mich selbst zu beweisen. Um euch selbst zu beweisen. Bewacht den Eingang. Bill Ben. Du bist jetzt immer Biju. Okay. Hey. Warte. Weiter kommt ihr nicht. Ich hab mir hier mal bildet. Diesmal werden wir euch unsere dunkle Macht zeigen. Verschmelze. Oh Gott. Power Ranger Style. Power Ranger Style. Die verschmelzen doch nicht. Die Power Ranger bauen die nicht dieses große Ding? Ja stimmt. Aber sie verschmelzen. Ja aber das ist so ne Art verschmelzen. Ja aber das ist so ne Art verschmelzen. Ich hab kein bock. Ich hab Axt. Ja ja mach halt. Ich prügel drauf. Erdju zu. Ohne Scheiß der macht Erdju zu auf dich. 118 sind der mit. Aber was hier wichtiger ist. Die haben keinen Sternkrotter. Stimmt wir können sich nicht auf Nacht setzen. Nein. Doch das links. Nein wir haben keinen Sternkrotter. Ach so. Der hat einen Anruf runter gemacht in der Abwehr runter. Echt? Ja dann. Kein einziges Sternkrotter. Mach halt nacht rein jetzt. Wir können es eben. Können wir nicht? So. Ja siehst du jetzt bin ich nämlich dieser Wolf. Ich weiß. Ja ok. Es ist nett dass du mich dabei dumm anguckst. Ich wäre echt total dumm aber. Es kann ja sein. Ne? Dass ich dumm bin. Dass du dich dann nicht. Du änderst dich auch so an nichts oder was. Jetzt zack. Mach ich auch ein bisschen mehr Lippen. Alle sie sind schon wieder getrennt die beiden. Heißt du alle? Ich hab grad nicht. Ja doch. Bill und Ben Level 18. Nimm das. Bill oder Ben. E-Fisch mit Heilung alle. Und scheiße. Voll easy. 238. Hast du grad gemacht? Ja man. Mit meinem An- äh Wurf. Ich hab grad nur noch Dämpft. Ich krieg die ganze Zeit Dämpft. Das liegt daran dass ich äh. Der Wolf bin. Oh du bist tot. Nein ist er nicht. Ja. Woah. Lacker man. Heilung kam noch durch. War verzögert. Ja. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Ja. téc. joined You is guter.